Eines kann Akupunktur ganz sicherlich, sie kann zur Entspannung beitragen. Und Entspannung, finde ich, die täte uns jetzt auch ganz gut. Wir stochern allerdings hier nicht mit Nadeln herum, sondern wir machen das auf andere Weise. Wir lassen uns einfach mal fallen, fallen in Musik, die dazu geeignet ist, in Klangbilder, in Worte, die auf sehr behutsame Weise die Liebe beschreiben. Und das Lied, das Sie gleich hören werden, hat heute auch noch Premiere. Hier bei uns in der Tele-Illustrierten wird es zum ersten Mal gespielt. Love is so sensible mit The Two of Us. Love is so sensible mit The Two of Us. Love is a sensible Just hide on the way Love is a lover Turns and tears, it burns and flies away Love is a lover Love is a lover Love is a lover Just hide on the way Just hide on the way Love is a lover Love is a lover Love is a lover Just hide on the way Love is a lover Love is a lover Love is a lover Just hide on the way Love is a lover Love is a lover Love is a lover Applaus